Surprise! Aber bitte bedenken Sie, wenn Sie betrunken oder zu schnell fahren, droht Ihnen ein Fahrverbot auf der Isle of Man und in Ihrem Heimatland, aufgrund eines gegenseitigen Abkommens zwischen allen EU-Ländern. Viel Spaß beim T.T. und bitte fahren Sie vor sich nicht. Schönen Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie. Schönen Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie. Untertitelung des ZDF, 2020